Warum die gerade gespielt hätten, hätt ich vielleicht mal bei einem anderen Zug benutzen müssen. Ja. Haha. Ich war dir doch sowieso im nächsten Team. Nee, noch nicht. Hm. Für mich auch. Jetzt aber sowieso. Also ich kann höchstens den noch dagegen einsetzen. Und vielleicht noch so. Aber hast du schon wieder verloren? Ja, freu dich dafür, dass du da bist. Da, 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 da. Und das schon wieder nur im Standard Basic. Und, ach ja, guck mal, da ist der Druide. Da ist er ja. Ja dann. Ich bin bereit. Ich auch. Na, nimmst du den Druiden wieder? Weil du so schnell warst. Mentale Vorbereitung. Oh, meine FPS steigern wieder. Das heißt, das Video ist fertig. Gewendert. Ach, schmucke. Ja, fehlt dir doch noch. Ich muss die Wind schützen. Hm, naja, bin ich mal gespannt. Oh, guck. Was macht die denn da oben? Ihren Tacken gefallen mir nicht. Legt ein Dolch. Oh, jao, ist klar. Kann ich's machen. Super Karten. Hm. Hm. Einsatzbereit. Na, toll. Das ist in allen Opa. Kann man den auch im Kriegsfeld schicken? Hm, hm, hm. Ist das noch erlaubt oder was? Hm, siehst du doch. Das ist doch nicht wahr. Oh. Setz mal die Fähigkeit ein. Nö. Kannst eh keine Karten spielen. Kann auch das hier machen. Oh. Boah. Alter, ist das lieber. Bei mir ein Bugger ist jetzt doch oben. Die Karte ist jetzt umgedreht auf dem Feld zu sehen. Ja, siehst du? Ich hätte auch wieder so komische Scheiße Bugs. Ja, aber das ist ja Peter. Was will man verlangen? Ja. Na ja, dann gehen einfach. Ja, toll. Me auch. Greif doch an. Alter. Ist ich dein Ernst? Geladen und insicher. Gut, ne? Nein. Doch. Gib schon zu. Komm. Nee, 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 nee. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ja, das geht doch gar nicht. Ein Geschenk für dich. Ja, cool. Freut mich, aber nicht. Nur ich und Papaisechen. Hehehe. Ja, ja. So ist das, ne? Normal. Aber umso Langeweile macht zwischendurch immer das Feuer wieder an, wenn das ausgegangen ist. Ja. Er haltet zwar einen Mana-Kristall. Hehehe. Echt? Oh, nur für diesen Zug. Sie werden nicht wissen, wie ihm geschieht. Ah, jetzt ist die Karte weg. Jetzt hat sie sich zurück auf die Hand gesetzt. Ja. Manchmal, echt? Ich weiß, das ist komisch. Hm. Das war's. Ho, ho. Hm, hm. Boah. Ist das dein Ernst? Hm. Ach ja, warum nicht? Du hast es ja. Und du hast sie auch. Nicht mal alleine an der Tasse. Alter, warum hast du... hä? In der Zug hab ich jetzt voll nicht verstanden, aber egal. Ich weiß auch nicht, wer die Chance umführen kann. Lass mich doch. Ich wollte nur loswerden, deswegen. Rrrr. 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 Wildnis. Das Pack, ey. Das macht mich voll irre. Ja. Nur ich unterweist erkenne. Ah! 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 Ah ja, wie egal... für die Wildnis so Oh, ist das der Dolch da oben oder das? Tückischer Dolch, na gut Zwischendurch einfach mal, ist ganz okay Na, was haben wir jetzt schon wieder? Ja! Warum nicht? Arschloch Spinst doch, ey, ohne Witz Dir hackt es doch im Cremchen Ja, tut es das Ja, aber gewaltig hackt es bei dir gerade Ach, lass mich doch Ja, bei dir hackt es aber auch nicht Ich habe mich nicht gerne Das hat man jetzt vorher in der Aufnahme gehört Das tut 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 Was? Mein Headset Boah, hallo? Äh Geht auch Hm Äh Ich hätte gedacht riesiges Glied Mhm Oh, verliere ich mal ne Runde? Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich verliere ich jetzt Sag ich doch Du verlierst doch Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Und ich hab den Schurken auch Und ich hab den Schurken auch Ja, bitteschön Bitte, bitte I'm ready for Teddy For take off Immer dieses versammle Zuschauer, ne Ja, rühre Mana noch die zwei miteinander Hehehe So Valera gegen Valera Auf der Hut Ich werde euer Tod sein Hehehe Jo, passt schon Einsatzbereit Na, kommt er bei dir auch Hehehe Oder müssen wir schon die zwei am anderen schicken Na, was machen wir denn? Oh, jau Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch Ey, solche Karten hasse ich die noch Null Mana kosten Ach, das ist doch gemein Hehehe Na, du mich auch jetzt Ach, ja Ja Ja, du mich ja auch Hehehe Bei mir ist er nicht verbuggt Bei mir liegt's jetzt oben rum Ja Ab und zu hast du das mal, ne? Ja Einsatzbereit Hehehe Boah Den schon wieder? Hast keinen anderen? Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt Gefällt mir ganz und gar nicht Ne? Tschüss Hehehe Genau die gleiche, die ich auch mal gesetzt hab Hehehe Ne? Los geht's Ja Ja, das war's Das war's Das war's Das war's Ja, das war's Da haben wir wieder keine Karte Hehehe Hehehe Hm? Da haben wir wieder keine Karte gehabt? verdammt schurkenpäck gib mir das schurkenpäck auf den zwirn du spielst das auch selber gerade wir sagen das geht mir gerade auf den zwirn ja komm ich starte roll nicht rum ich muss überlegen ich rate dich als nächstes